Beef Club ist zurück, diesmal als Turnier. Acht Köche kämpfen um den Titel Champion 2019, aber nur einer kann den Preis gewinnen. Jetzt könnt ihr applaudieren. Viel Beef, viel Schweiss, viel Fight, viel Rauch. Schall und Rauch heisst aber leider nicht Geschmack. Beef Club, ab dem 14. November um 19.55 Uhr in Sat.1 Schweiz. Zum Wohl miteinander.